Hallo, hallo! Erde an Matti und Patti. Patti, bist du wieder reingeklettert? Ja? Du bist so ein toller Krankenpfleger. Ja, supergroße Patti-Klasse. Aber jetzt kommt noch mal die Greifhand. Der Matti muss kurz aussteigen. Der Matti braucht wieder seine Medizin. Eine Runde Matti holen. Bist du empört? Ja. Entschuldigung für Empörung. Matti kommt gleich wieder. So, ein kleiner Matti-Maus. So, ein kleiner Zappel-Patti. So, ein kleiner Zappel-Patti-Bär. Achtung! Kumpel Matti kommt zurück. Ja, ja, ja. Alles gut. Kannst du deinen Pflegedienst wieder aufnehmen? Okay. So, ein kleiner Blätter. So, ich mache das ein kleiner Zappel-Patti. So, ich mache das jetzt. Okay, ich mache das- Alles gut. Jetzt mache ich auch die Öffentlichkeit. Das war's für heute.